Über die Ursache und die Wirkung einer Massenkundgebung lesen wir heute in Apostelgeschichte Kapitel 19, die Verse 29 bis 41. Ich gebrauche hier wieder eine Übersetzung in modernem Deutsch. Es heißt da, Apostelgeschichte Kapitel 19 von Vers 29, die ganze Stadt Ephesus geriet in Aufruhr und die Leute stürmten ins Theater. Gaius und Aristarch, Reisegefährten von Paulus aus Mazedonien, wurden von der Menge gepackt und mit dorthin geschleppt. Paulus selbst wollte sich der Menge stellen, aber die Jünger ließen ihn nicht aus dem Haus. Auch einige hohe Beamte der Provinz, die ihm freundlich gesinnt waren, warnten ihn durch Boten davor, sich im Theater sehen zu lassen. Unter den dort zusammengeströmten herrschte die größte Verwirrung. Alle schrien durcheinander und die meisten wussten nicht einmal, worum es ging. Die Juden schickten Alexander nach vorn und einige aus der Menge erklärten ihm den Anlass. Alexander winkte mit der Hand und wollte vor dem Volk eine Verteidigungsrede für die Juden halten. Aber als die Leute merken, dass er Jude war, schrien sie ihn nieder und riefen zwei Stunden lang im Chor, Groß ist die Artemis von Ephesus. Schließlich gelang es dem Verwaltungsdirektor der Stadt, die Menge zu beruhigen. »Männer von Ephesus«, rief er, »in der ganzen Welt weiß man doch, dass unsere Stadt den Tempel und das vom Himmel gefallene Standbild der großen Artemis hütet. Das wird kein Mensch bestreiten. Beruhigt euch also und lasst euch zu nichts hinreißen. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt, noch unsere Göttin beleidigt haben. Wenn Demetrius und seine Handwerker Anklage wegen Geschäftsschädigung gegen jemand erheben wollen, dann gibt es dafür Gerichte und Behörden. Dort können sie ihre Sache vorbringen. Wenn ihr aber irgendwelche anderen Forderungen habt, muss das auf einer ordentlich einberufenen Volksversammlung geklärt werden. Was heute geschehen ist, kann uns leicht als Rebellion ausgelegt werden. Es gibt keinen Grund für diesen Aufruhr. Wir können ihn durch nichts rechtfertigen. Mit diesen Worten löste er die Versammlung auf. Soweit der Text. Und wir freuen uns über diesen weisen Verwaltungsdirektor der Stadt Ephesus, der mit so viel Weisheit und Verständnis die Menge auseinandergebracht hat und Paulus damit gerettet hat. Soweit also der Text aus Apostelgeschichte Kapitel 19. Und wir werden gleich uns weiter mit dem Thema Massenkundgebungen beschäftigen. Aufgebrachte Menschenmengen, Proteste, Unruhen. Ein Bild, das wir in vielen Teilen der Welt kennen. Fragt man nach dem Grund, so finden wir oft Unzufriedenheit über bestimmte Gesetze und politische Entscheidungen. Wir finden Empörung über Missstände oder Personen. Manchmal ist die Ursache für Massenunruhen auch die Angst, die Verunsicherung, vielleicht vor einem Krieg, vor einer bevorstehenden Gefahr. Diese Massenunruhen haben manchmal einen ganz spontanen Anfang. Sie waren nicht geplant und nicht beabsichtigt. Sie entstanden aus einer Situation. Oftmals werden sie aber auch berechnet, gezielt gesteuert und schlau organisiert. Sie können friedlich und ruhig verlaufen oder auch brutal, gefährlich, tödlich, mit lang anhaltendem Hass und mit um sich greifender roher Gewalt. Je größer die Ballungszentren der Zivilisation, je mehr Menschen es auf der Erde gibt, desto gefährlicher wird die ganze Sache der Massendemonstrationen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 19, lesen wir auch von solch einer Unruhe in der Stadt Ephesus. Wir merken hier in dem Bericht, dass die ganze Stadt zusammen lief und sich vor dem Theater versammelte. Es herrschte dort eine große Verwirrung. Alle schrien durcheinander und waren sehr aufgeregt. Schließlich formierte sich das Stimmengewirr zu einem großen Sprechchor und die Menschenmenge schrie zwei Stunden lang, Groß ist die Artemis der Epheser. Die Artemis oder Diana war eine Göttin, die besonders in Ephesus verehrt wurde und dort einen großen, berühmten Tempel hatte. Demetrius, ein Silberschmied und seine Berufsgenossen machten silberne Nachbildungen dieses Tempels und verkauften sie. Das war ein gutes Geschäft. Mit dem Tourismus oder mit den Souvenirs. Durch die Missionsarbeit des Apostels Paulus in dieser Gegend erfuhren nun viele Menschen vom wahren Gott und von Jesus Christus. Sie begannen sich nun dafür zu interessieren und die Silberschmiede bekamen Angst um ihr Geschäft mit den Tempelchen der Diana. Demetrius verstand es nun, die Massen des Volkes zu bewegen und ihnen einzuheizen. Er malte die Gefahr des Christentums für ihren Wohlstand in grellen Farben vor die Augen der Menschenmenge. Die Empörung wuchs und schlug hohe Wellen und riss viele andere Leute mit, die nicht einmal genau wussten, worum es ging. In einen Aufruhr, eine Massenbewegung, können wir auch irgendwann mit hineingerissen werden. Und wenn es nicht so eine große Versammlung auf der Straße ist, so wird heute doch das Denken und Urteilen der Massen weitgehend gelenkt und ohne es zu merken, steckt man in einer Massenbewegung drin und protestiert und schreit mit, ohne recht zu wissen, worum es eigentlich geht. Also schadet es nichts, wenn wir diesen Aufruhr in Ephesus einmal genauer untersuchen. Wir wollen uns folgende Fragen dabei stellen. Erstens, was war die Ursache zu diesem Massenauflauf? Die Sache fing eigentlich mit Demetrius an, dem Silberschmied, der plötzlich seine persönlichen Interessen in Gefahr sah. Seine Besorgnis war zunächst gar nicht die Sorge der anderen. Aber er verstand es mit überzeugenden Worten, allen Leuten eine Gefahr vor Augen zu führen, die gar nicht wirklich bestand. So beginnen auch heute noch sehr oft die Unruhen. Das Ganze beginnt mit den persönlichen Interessen Einzelner. Sie wollen ihre Position verteidigen oder bestärken. Sie wollen ihr Geschäft nicht verlieren. Sie haben ehrgeizige und egoistische Ziele und gebrauchen die Menge dazu, ihr Ziel zu erreichen. Wenn da nur einer ist, der die Führung übernimmt, der laut und eifrig schreit, dann gibt es viele, viele, die ihm gerne folgen, auch ohne genau zu wissen, worum es eigentlich wirklich geht und ob die Aufregung gerechtfertigt ist. Daran wollen wir immer denken, wenn es zu Massenunruhen kommt. Sehr wahrscheinlich stecken da einige Initiatoren dahinter, denen es um ihre ganz persönlichen Interessen geht. Bevor wir irgendwo mitmachen und ins selbe Horn blasen wie die anderen, wollen wir uns zuerst einmal ganz klar werden, worum es hier geht. Und dann wollen wir aufpassen, dass wir uns nicht vor den Wagen Fremder spannen lassen. Die erste Frage war also, wie kam es zu dieser Massenkundgebung? Was war die Ursache? Die zweite Frage ist, was war das Ziel dieses Aufstandes? Wahrscheinlich war der Gedanke, den Demetrius verfolgte, sich vor dieser fremden Religion zu schützen und die Tradition aufrecht zu erhalten. Wenn ihm das gelingen würde, wäre der Fortbestand seines Geschäftes gesichert. Nun ist bei diesem ganzen Argumentieren die Frage, ob eine Massenunruhe das rechte Mittel ist, um seine Tradition und seine Meinungen zu verteidigen. Sicher findet man Leute, die mit einem schreien, aber ist das eine Gewähr dafür, dass die Masse nicht schon morgen ihre Meinung ändert und mit einem anderen schreit? Außerdem ist es sehr die Frage, ob es gut ist, sich auf diese Weise mit neuen Ideen und Einflüssen auseinanderzusetzen. Bevor wir bei einer Massenveranstaltung mitmachen, sollten wir uns überlegen, was wir eigentlich erreichen wollen und was das beste Mittel dazu ist. Als Jesus die Menschen von der Richtigkeit seiner Lehre und seiner Meinungen überzeugen wollte, hat er es mit einem guten Beispiel und Lebenswandel getan. Er suchte sich nicht die Massen, er hetzte sie nicht auf und provozierte nicht Unruhen. Jesus belehrte die Menschen in seinen Predigten, in persönlichen Gesprächen und vor allem durch sein Vorbild. Auch durch die Apostel wurden viele Menschen überzeugt durch ihre Belehrung und ihr verändertes Leben. Überzeugungen und Meinungen zu ändern, ist keine beliebte und leichte Aufgabe und es geschieht nicht in Massenkundgebungen und Aufständen. Drittens, nun stellen wir uns noch die Frage, was war der Wert oder der Erfolg dieser Unruhen in Ephesus? Hat die Demonstration ihr Ziel erreicht? Ja, die Menge Schriefe zwei Stunden lang groß ist die Artemis der Epheser. Aber es hat ihnen nichts geholfen. Das Christentum nahm weiter zu, das Evangelium wurde ausgebreitet und heute spricht kaum noch einer von der Diana oder der Artemis der Epheser. Diese Göttin gehört der Vergangenheit an. So sehr sich auch die Menschenmenge dafür eingesetzt hat. Die ganze Aufregung hatte eigentlich gar keinen Wert und hat an dem Lauf der Dinge nichts geändert. Das gleiche habe ich auch schon heute bei manchen Massenkundgebungen gesehen. Man meint, man setzt sich für eine wichtige Sache ein. Man fühlt sie stark und denkt, man wird jetzt die Welt verändern, aber im Endeffekt kommt doch nicht viel dabei heraus. Vielleicht zwingt man seine Gegner auch auf die Knie und bringt sie dazu nachzugeben, aber andererseits können die Fronten verhärtet werden. Es kommt zu schweren Kraftproben. Für einen Christen ist es ein Weg, den er sich sehr gut überlegen sollte. Viertens fragen wir uns, was ist die Gefahr bei einer solchen Massenkundgebung? Vielleicht sind Proteste und Massendemonstrationen eine Möglichkeit, sich gegen Ungerechtigkeit und Verirrungen zu wehren. Vielleicht haben sie auch hin und wieder einmal einen kleineren oder größeren Erfolg. Aber Tatsache ist auch, dass solche Massenunruhen Gefahren in sich bergen. Massenunruhen sind vielleicht manchmal nötig, aber sie bergen auch gewisse Gefahren in sich. Erstens einmal können sie leicht ausarten. Man erhitzt sich, die Gefühle schlagen hoch und schon lässt man sich hinreißen zu Dingen, die nicht beabsichtigt waren. Es kommt zu Streit, Gewalt und Blutvergießen. Zweitens, man lässt sich hinreißen, ohne richtig überlegt zu haben. Auch bei diesem Menschenauflauf in Ephesus heißt es, es herrschte eine große Verwirrung. Alle schrien durcheinander und die meisten wussten nicht einmal, worum es eigentlich ging. Das ist die Gefahr bei Massenkundgebungen. Man meint vielleicht manchmal sogar, man wüsste, worum es geht. Aber man hat nicht die Ruhe und Übersicht, klar und nüchtern zu überlegen, wofür man sich hier einsetzt. Man trifft oberflächliche Entscheidungen, legt sich fest, ohne nachgedacht zu haben, fällt Urteile, ohne den Sachverhalt zu kennen oder auch nur beurteilen zu können. So wird man erdrückt von dem Geschrei der anderen, man steht unter einer einseitigen Beeinflussung, der man sich nicht entziehen kann, man befindet sich unter einem Druck, dem man nicht ausweichen kann und wird manipuliert, ohne dass man es merkt. So ging es auch den Leuten bei dem Aufstand in Ephesus. Sie wussten nicht, worum es ging und doch schrien sie, groß ist die Diana der Epheser. Was noch leicht passiert bei solchen Massenkundgebungen ist, dass man den Verkehrten verurteilt. Als Jesus hingerichtet wurde, war die Menschenmenge nicht unschuldig daran. Sie hatte den Tod Jesu beim Gouverneur gefordert. Er gab dem Druck der Massen nach und erfüllte ihre Forderung. Jesus wurde hingerichtet und beseitigt. Damit hatte die Masse gesiegt, wenigstens dem Anschein nach. Aber beim genauen Hinsehen merken wir, dass die aufgebrachten Juden doch nichts erreicht hatten. Jesus ist wieder auferstanden und seine Sache konnte nicht aufgehalten und ausgerottet werden. Das Christentum breitete sich weiterhin aus. Man hatte gedacht, man hätte einen Gotteslästerer und einen Verbrecher hingerichtet und heute muss man erkennen, dass es der Verkehrte war, den man ermordete. Man ist einem Irrtum erlegen. Und diese Gefahr besteht sehr leicht bei jeder Massenbewegung. Vielleicht kommst du nie in die Gefahr, dich in eine Massenbewegung hinein zu begeben oder bei Demonstrationen und Unruhen mitzumachen. Das mag nur für einige, hauptsächlich Jugendliche, eine Versuchung sein. Aber vielleicht steckst du schon tiefer in einer Massenbewegung drin, als du weißt. Dein Denken und Handeln ist nicht von vernünftigen Überlegungen geprägt, sondern von dem, was die anderen denken und wollen. Wir stehen unter dem Druck der öffentlichen Meinung und können kaum heraus und bestimmte Dinge irgendwie anders sehen. Immer wenn du mit einstimmst in das, was die anderen sagen, dann bedenke zuerst Folgendes. Erstens, worum geht es hier eigentlich? Habe ich verstanden, was hier gefordert und gesagt wird? Habe ich genug Sachkenntnis und Voraussetzungen, um dieses Problem beurteilen zu können? Ich fürchte, wir überschätzen uns da leicht und fordern Dinge, die wir nicht verstehen, und noch nicht einmal durchgedacht haben. Zweitens, was wollen die anderen? Also, bevor du mit einstimmst in Parolen und Forderungen, versuche dir klar zu werden, was die anderen um dich herum eigentlich wollen. Manchmal muss man es erst verstehen, ihre Forderungen richtig zu interpretieren. Sie schreien eine Sache, meinen aber etwas ganz anderes. Ihre Ziele sind nicht eindeutig oder es geht im Grunde um das ganz persönliche Interesse Einzelner. Drittens, was willst du eigentlich? Die meisten Leute beim Aufruhr in Ephesus schrien für zwei Stunden, groß ist die Diana der Epheser. Aber wenn du sie gefragt hättest, was willst du eigentlich? Worum geht es dir? Dann hätten viele keine Antwort geben können. Sie waren sich nicht klar, was sie eigentlich wirklich wollten und was ihre Absichten und Ziele waren. Viertens fragen wir uns, ist es wirklich eine gute Sache, für die wir uns hier einsetzen und gebrauchen lassen? Manchmal sind die Namen oder Parolen gut, aber die Ziele sind heimtückisch, verräterisch und falsch. Manch einer ist schon aus einer Bewegung entsetzt ausgestiegen, als ihm deutlich wurde, welche Ziele man hier in Wahrheit verfolgt. Ich meine, wir sollten immer wachsam sein und uns zuerst mit allen Parolen und lauthals herangetragenen Meinungen auseinandersetzen und sie nüchtern analysieren, bevor wir eine Stellung dazu nehmen und uns eventuell dafür einsetzen. Wir beten noch. O Gott, es geschieht heute so viel Verführung und Verirrung. Große Massen hängen dem Irrtum an und gehen ins Verderben. Hilf uns, nüchtern zu sein und die Parolen und Bewegungen anhand von deinem Wort zu prüfen. Amen.